Es gibt Fälle, da bist du einfach machtlos. Wir sehen einen Mann, der seine Frau halb tot schlägt. Und wir können nichts dagegen tun. Gebrochene Nase, zertrümmerte Jochbein. Beide Schlüsselbeine. Ich hätte einen Unfall. Solange wir keine Beweise haben, keine Aussage, können wir nichts machen. Mein Mann ist ein guter Mann. Wenn du mich fragst, der Typ ist eine Drecksau. Die Polizei zwischen Macht... Ich bin das Gesetz! ...und Ohnmacht. Es gibt Recht und es gibt Unrecht und dazwischen läuft eine ganz klare Linie, die niemand überschreiten darf. Der Tatort. Sonntag in 1 Festival.